So Leute, nur ein kurzes Video. Ja, ich nehme es jetzt gnadenlos auf. Muhaha. Und ja, ich habe gerade Leute hier. Muhaha. Doppelt. Seine Bitches hier. Meine Fangirls. Egal. Es geht darum, ich möchte ein neues, modernes Projekt an den Start holen, da Narzissus und Hugo ja bald zu Ende sind. Ich werde die anderen Projekte zwar sowieso noch weitermachen, aber wie gesagt, wegen moderner Schiene jetzt langsam auf meinen Kanal, die ich einschlagen möchte. Da ich nicht weiß, was, habe ich fünf Spiele zur Auswahl. Einmal Assassin's Creed 1, einmal Batman Arkham Origins, Castlevania Lords of Shadow, Risperin' Rylos und Resident Evil Zero, das HD-Remake. Auf schwer! Zumindest auf normal. Ich weiß nicht, ob es auf schwer, aber auf jeden Fall auf normal. Diese fünf Spiele stehen zur Auswahl. Ihr könnt schreiben, so, ja, ich will das sehen oder das, oder meinetwegen mehrere, das ist mir dann auch egal. Und die ganzen anderen Projekte werde ich mich dann auch noch alle kümmern, dass so viel soll gesagt sein, obwohl ich aktuell auf Yoshi so gut wie keine Lust habe. Aber abbrechen werde ich es nicht, wenn dann nur pausieren. Auf jeden Fall, das sind die Spiele, die zur Auswahl stehen. Prince of Persia habe ich mal nicht aufgeschrieben, weil das mit, ich glaube 2003 war das, weder zu retro noch zu modern zählt. Das kommt dann irgendwann anders mal. Gut, das war's fürs kleine Video. Tschüss. Sagt Tschüss. Fährt's euch. Bye, bye. Tschüss. Schmacki. Tschüss. Tschüss.